Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem etwas anderen Video und zwar wollte ich in diesem Video das Handcam Video machen und zwar diese Reef Challenge. Zwar hatte ich ja gefragt in meinem Handcam Video, ob ich mal so versuchen soll zu spielen wie Antonia, weil sie ja alles komplett anders stehen als ich. Allein schon, dass sie ihre Maus hier so hat und allein wie sie ihre Finger da so hat und so, also es ist, nee. Und Leute, es sieht einfacher aus als es ist. Ich habe gerade schon ein paar Testrunten gespielt und ich will nicht mehr. Und ich habe gerade eine Aufnahme hinter mir, ich habe es voll verkackt, aber dazu gleich mehr. Ja, auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, also ihr Daumen ist irgendwie auf Steuerung und Shift. Ich weiß nicht, wie sie es schafft, da hin und her zu bewegen, aber ich habe es irgendwie gerade die ganze Zeit nicht geschafft. Dann ihr Zeigefinger ist auf Leertaste, ihr Mittelfinger auf D und ihr Ringfinger auf W und ich weiß nicht, wo ihr kleiner Finger ist. Ich glaube, der ist einfach da, aber wird einfach nicht benötigt oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Und wie gesagt, es ist schwieriger, als es aussieht und ich will das gar nicht machen, weil es ist schon so schwer, irgendwie zu rennen und nein. Und dann noch zu campen, ist es einfach die Hölle. Und ich versuche das jetzt einfach irgendwie. Ich bin froh, dass ich jetzt gerade auf jeden Fall schon mal... Oh, sind das zwei Leute? Wie unfair. Hä? Wow. Äh, okay, muss ich jetzt mal irgendwie loslaufen? Das Ding ist, ich habe, also bei mir, bei meiner Steuerung ist es ja so, dass ich meinen Mittelfinger beim Vorwärtslaufen habe und hier ist es jetzt seitelaufen. Deswegen laufe ich gerne mal irgendwie zur Seite und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder gegen das Team spiele, weil das ist irgendwie uncool. Ich habe daraus ja irgendwie jetzt so indirekt eine Challenge gemacht, auch wenn es für Antonia richtig normal ist, aber für mich ist es einfach eine Challenge. Und wenn ihr vielleicht selbst auch YouTube macht, aber generell einfach Bock habt, das auszuprobieren und was macht der da? Dann würde ich mich echt freuen, würde ich erst mal, weil ich würde das richtig lustig finden, weil so andere Leute zu sehen, wie die da abkacken und oh mein Gott. Mein Ziel ist es eigentlich nur eine Runde zu gewinnen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob er gerade zum ersten Mal Minecraft spielt, aber durch ihn habe ich das jetzt geschafft. Danke. Warte, das war das Team, oder? Okay, wir spielen jetzt gegen den. Ähm, ja. Und falls du lieber Antonia zuguckst, ich würde es lustig finden, würdest du auch mal die Challenge machen, dann so spielen, wie wir alle spielen. Ähm, ja, ich hoffe, er WhatsApp-Band mich jetzt nicht irgendwie. Ich gucke. Manchmal will ich wenigstens nicht getenhardet werden. Oh mein Gott. Ich sage dazu jetzt mal nichts. Also Leute, ich habe ja schon einen Aufnahversuch hinter mir. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich gerade so scheiße gegen euch gespielt habe, könnt ihr euch eventuell denken, dass es damit zusammenhängt, dass ich versucht habe, das Video hier aufzunehmen. Das Ding ist, ähm, falls ich einige wundere, warum das jetzt auch so anders aussieht, ähm, oder falls meine Kameraqualität und generell so die Qualität schlechter ist, dann liegt es daran, dass mein, äh, Videoprogramm, also mein Facecam-Videoprogramm geht nicht. Das stürzt die ganze Zeit ab. Und ich habe schon versucht zu googeln, aber irgendwie finde ich da nicht. Und ja, das ist irgendwie voll komisch und richtig nervig einfach. Deswegen habe ich das jetzt bei OBS reingetan. Ich nehme immer die anderen OBS auch. Deswegen kann es sein, dass meine Aufnahmeeinstellungen jetzt auch schlechter sind. Ich weiß das einfach nicht. Und dann, ach, das dreht mich ein bisschen auf, weil ich da über eine Stunde dran saß und das versucht habe, irgendwie zu reparieren. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Und ja, ich würde gerne noch irgendwie eine Runde gewinnen, wo man... Oh nein, ich will gegen kein Team spielen. Ich weiß gar nicht. Okay. Oh Gott. Mann, ich laufe schon wieder so seitlich. Anstatt, dass ich von der Leertasse dann runtergehe, gehe ich immer vom Sprinten runter. Lol. Was? Oha. Oh Mann, ist es so anstrengend. Ich soll eigentlich so eine Runde Skywars aufnehmen. Aber nein, ich glaube, das wäre die größte Blamage meines Lebens. Ich weiß nicht, vielleicht probiere ich das noch am Ende des Videos aus, oder eine Runde QSG. Man weiß es nicht. Ja. Guck mal, wenn ich so direkt so auf die Spieler draufgehe, ist das gar nicht so schwer. Ja, aber ja, wenn man da so rumpampeln muss und da so ein ganzes Hindernis vor sich hat. Hallo. Es ist doch was anderes. Und lacht mich bitte nicht allzu sehr aus, weil das ist echt... Ich kann es nicht oft genug sagen schwerer, als es aussieht. Und okay, ich kann das gerade nicht sehen. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, aber mein Handy liegt zu weit weg, dass ich das nicht sehen kann. Vor allem wie der Name schon merkt man doch direkt, dass man da keine Chance hat. Ähm, ja. Was mache ich jetzt? Ich will nicht. Mann, ich werde sowas von verrecken. Ach, moin. Gut, dass ich gar keinen Hit bekomme. Ich traue mich ja nicht mehr mit meinem Bogen zu spielen, weil ich froh bin, dass ich überhaupt vom Fleck runterkomme. Oh mein Gott, Alter. Okay, komm, wir machen noch... ...drei eins versus eins oder so. Oh mein Gott, der ist Schmocki-Sub. Nee, gegen den will ich gar nicht. Aber ich kann nicht schon wieder gegen den. Komm, wir spielen jetzt gegen Schwitzer. Okay, noch drei Stück und dann versuche ich mal eine Runde Skywars oder so zu spielen und mal gucken, wie das so abläuft. Ach ja, was ich auch erzählen kann. Ich hatte... Das ist jetzt mein dritter Aufnahmeversuch bei dem Video, weil ich ehrlich sein soll. Ich muss bei allem, weil ich echt komplett bin. Aber wie gesagt, ich nehme ja immer mit dem anderen OBS auf... Oh mein Gott, Alter. Ich nehme ja immer mit dem anderen OBS auf. Dementsprechend musste ich das mir erst mal schnell einrichten. Und ja, dann hatte ich erst Bildschirmaufnahme anstatt Spielaufnahme eingestellt. Und das habe ich dann... Ich habe dann aufgenommen. Dann ist mir das erst aufgefallen. Danach... Aber ich war noch nicht so weit. Also war es jetzt nicht so schlimm. Und danach habe ich das dann halt umgeändert. Aber ich habe vergessen, wie heißt es, die Facecam dann da drüber zu schieben, weil die Bildschirmaufnahme ganz oben war. Heißt, dass die Ebene war ganz oben und man konnte die Facecam und so nicht sehen. Beziehungsweise die Handcam, das war auf jeden Fall richtig schlau von mir gelöst. Also durfte ich das Video jetzt zum dritten Mal aufnehmen. Und kann mich jetzt mal irgendwie der Typ schlagen? Bitte? Mann, ich... Das wird doch nie was. Okay, komm, letzte Runde. Ich weiß gar nicht, ob das schon die zweite oder dritte ist, die ich machen wollte. Komm. Komm, ich glaube, da können wir sogar eine Chance haben. Oder auch nicht. Ich nehme zurück. Oh mein Gott, ich will den Gold ab, für erst mal bitte. Ja. Scheiße, ich habe da irgendwie mich voll mit meiner Fingerposition da irgendwie voll vertan. Keine Ahnung, ich habe gerade komplett alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Komm, bitte. Nein. Oh, ich hätte den Hit so bekommen können. Da hätte ich meine Maus davon und habe mich gedreht. Mann, ich will nicht mehr. Komm, wir gehen jetzt einfach mal auf Gomme, weil irgendwie... Alter. Ich weiß nicht, ich rüste mich kurz normal aus, okay? Ey. Das dauert dann zu lange. Ich kann mich gleich bei Skywars auslachen, wie ich das alles hier loote. Ich brauche dringend irgendwie eine Waffe. Und hier ist die Chance irgendwie geringer, dass man irgendwie was Gutes bekommt. So. Okay, so. Oh Gott. 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 Das wird so nichts. Das mache ich jetzt. Ich versuche einfach noch eine Runde Skywars. Okay Leute, da sind wir auch schon in der Runde Skywars. Und ja, ich... Sie wird zwar ihren Daumen für Shift und Steuerung, aber ich kann das einfach nicht. Das ist so... Ach, es geht nicht. Dann sitze ich morgen noch hier und ich will eigentlich weg und ich bin schon viel zu spät. Aber... Mann. So, was mache ich jetzt? Wie kann ich mich denn am besten ausrüsten? So. So. Das fühlt sich halt so falsch an, so zu spielen. Deswegen baut sich jemand zu mir. Dann bleibt mir das erspart. Komm, kann jetzt bitte die Zeit irgendwie ablaufen. Oh gut. Nein, ich will nicht sneaken. Loll. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh Mann, Leute, das Spiel ist doch... Das will mich doch komplett verarschen. Und da eine Windscreener kann nicht mal meinen Namen schreiben. Oh, ne, die Map fühle ich ganz bestimmt nicht. Valerius auch so eine fette Map. Komm, wir spielen jetzt Camping. Halt, dann müssen die sich zu mir bauen. Dann muss ich mich nicht bauen. Okay, Leute. Letzte Runde. Das war ja irgendwie, dass ich wieder hinbekomme. So. Habe ich hier nicht noch eine Kiste? Ach, da unten. Ach, scheiße. Wie soll das was werden? Geht meine Aufnahme noch? Ja. Und das auch. Okay, ich glaube, es geht alles. Ich hoffe es. So. Ähm. Nein. Oh, doch, das waren die richtigen Schuhe. Ups. So. Ups. Oh. Antonia, wie? Kannst du so spielen? Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott. Das ist doch... Oh Gott. Ich nehme irgendwie so jede Wand mit, die man mitnehmen kann. Ich versuche mal irgendwie... Oh mein Gott. Alter, ich fühle mich halt so, als würde ich das so mit Absicht machen. Auch wie ich mit Absicht so behindert bin. Aber... Mann. Das ist... Mann. Ich glaube, ich kann heute noch so lange spielen, wie ich möchte. Das wird einfach nichts. Ja. Auf jeden Fall, Leute. War es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ja. Versucht es unbedingt selbst aus. Bitte. 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 Und schickt mir das Video irgendwie zu oder so. Dann kann ich mich auch über euch tot lachen. Ja. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ist es eine positive Bewertung. Da müssen wir es mal wieder rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.